Die Franz Gottwald GmbH wurde 1930 als Ingenieurbüro gegründet und ist heute ein Großhändler für namhafte Kunden aus der Papierindustrie, Automobilzulieferer, Maschinenbau und weiterer Branchen. Vier Hännellin-Lifte in Premium-Lackierung unterstützen die Mitarbeiter in Hamburg bei ihrer Arbeit. In bis zu 80 Containern pro Lift lagern zugriffsgeschützt Komponenten wie Dichtungen und Kugellager in unterschiedlichsten Gebindegrößen. Die Hännell MP100D-Steuerung verwaltet alle vier Lifte und die aktuellen Lagerbestände können eingesehen werden. Über das kundeneigene Pallas-System haben die Mitarbeiter anderer Standorte jederzeit Einblick, welche Aufträge aktuell abgewickelt werden. Ein durchdachtes Beschaffungsmanagement sowie die eingebundenen modernen Lagerlogistiklösungen von Hännell ermöglichen dem Unternehmen kurze Reaktionszeiten und direkten Zugriff auf das breit sortierte Lager. Das Warenwirtschaftssystem Pallas, welches auf die Hännell-Steuerung MP100D zugreift, wurde hierfür angepasst. Nur Hännell war in der Lage, eine direkte Anbindung ohne zusätzliche Software anzubieten und problemlos umzusetzen. Der Zugriff auf die unterschiedlichen Abläufe im Lager ist nur nach personalisierter Anmeldung am Terminal möglich. Wenn Ware für den Versand aus dem Lift ausgelagert werden soll, wird über eine Maske ein Packschein mit der Auftragsnummer, der Aufstellung aller benötigten Teile und deren Anzahl erstellt. Das Warenwirtschaftssystem erzeugt die jeweils benötigten Datensätze und übergibt diese an den Hännell-Linlift. Wird der Barcode auf dem Packschein an einem der Lean-Lifter abgescannt, so bringt dieser alle Teile wegeoptimiert in die Entnahme. Dabei arbeitet das System nach dem FIFO-Prinzip. Nach finaler Prüfung in der Versandabteilung wird ein Lieferschein gedruckt und der komplette Lagerbestand im ERP-System aktualisiert. Werden Teile direkt nach Eingang in der Firma und der Wareneingangsprüfung in den Hännell-Linlift eingelagert, so wird hierfür ein Wareneinlagerungsauftrag generiert. Diese Einlagerungsdatei übermittelt an den Lift Artikel, Stückzahl und Gebindegröße der Kommission. Ein Etikett wird erstellt und anschließend gescannt. Die Steuerung am Hännell-Linlift findet daraufhin automatisch den optimalen Lagerplatz. Die Seitenwand mit Plexiglasscheibe gibt Einblick in das eindrucksvolle Produktportfolio bei Franz Gottwald. Blaue Leuchtdioden am Extraktor unterstreichen zusätzlich das perfekte Zusammenspiel aus Technik, Präzision und Design. Die Franz Gottwald GmbH schätzt vor allem die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Hännell-Lagerlösung. Die erfolgreiche Umsetzung des Intralogistik-Konzeptes und der Softwareanbindung führt zu noch kürzeren Reaktionszeiten bei einem standortübergreifenden Warentransfer. Die Überlösung des Intralogistik-Konzeptes und die Awareness des Intralogistik-Konzeptes und die zukünftrauschen Siemsteil enjoy zu sehen. Die Überlösung des Intralogistik-Konzeptes oder die Installation des Intralogistik-Konzeptes zum Beispiel in der Zusammenhälften des Intralogistik-Konzeptes und die Str Mouse-Lagistik-Konzeptes. Bis zum nächsten Mal.